Baba Bartonek hat ein Video gemacht, beziehungsweise ein Stream, in dem er zu der Sache mit Twizy und Roos Stellung bezieht. Ich kann ganz kurz mal kurz zeigen, wie das aussah. X.com... Ich hatte da... Selber, warte. Ne, falsche Website. Ich wollte ganz kurz ein Bild haben. Ah, ne, ich muss mich anmelden. Nevermind. Ähm, Roos wurde auf jeden Fall, wird auf jeden Fall beschuldigt, also meiner Meinung nach relativ zu Recht, dass er Twizy nach einem Rap-Battle, am Samstag war das, vergangenen Samstag, ähm, sieben Schläge auf den Hals gehetzt hat. Mindestens einer davon mit einem Messer bewaffnet, das er auch benutzt haben soll. Und, ähm, ja, und Panzer hat dann wohl gerade noch die Leute von Twizy runterbekommen und Twizy hat mit... Waren so mittelstarke Verletzungen auf jeden Fall überlebt. Hätte auch lebensbedrohlich werden können, wenn jetzt niemand ihm geholfen hätte, weiß man nicht, was die gemacht hätten. Ähm, wer ist dieser Baba Bartonek? Das ist so ein ehemaliger, ähm, also sein, sein, sein pikantes Feature ist irgendwie, dass er so ehemaliger Schwurbler ist und da jetzt rausgestiegen ist. Das ist irgendwie so das Ding, womit er bekannt wurde, die Story und so. Was ja auch was Gutes ist auf jeden Fall, ist eine positive Weiterentwicklung. So ein bisschen das Problem aber ist gerade, dass seine Meinung bezüglich Sinan G und Ruth und so weiter, also das ist ja quasi so das eine Team, auf der anderen Seite stehen so alle Vernünftigen, ähm, dass er da eben immer wieder extrem Sinan und Ruth freundlich gehandelt hat. Vor allem Sinan freundlich, was halt nicht zu verstehen ist, während der da was auch immer für Fantasien mit einer Zweijährigen äußert. So, und jetzt schauen wir mal, was er dazu sagt, weil da kann man sich ja wirklich relativ schwer rausreden. Nicht den Ruth irgendwie gleich, ich werde mich da jetzt nicht irgendwie distanzieren von ihm und so, jetzt gleich mal. Suchen wir unseren Glück-Chat. Downs, Gilly auch mit am Start. Schönen guten Abend, Downs. Aber wir schauen uns das jetzt, wir schauen uns das jetzt. Ich bin überhaupt nicht in dieser Ruth und Sinan-Thematik drin. Ja, du, du, an sich, ähm, finde ich, ist es relativ klar, auf welcher Seite ich da stehe. Also ich finde, bin da ganz klar auf der Seite von Twizy, beziehungsweise Marvin und, ja, eigentlich ist das einfach nicht so leicht, überhaupt auf der Seite von Sinan und Ruth zu sein und Flair. Schauen wir uns das jetzt mal gemeinsam an, was da, was da los ist, ja. Mhm. Kaufe dir mal ein neues Gate, mein Bester. Guck mal, bei mir rauscht gar nichts. Da rauscht nichts. So, ich zeige euch, was da los. Hier gibt es die Möglichkeit, dieses Bild zu ersteigern. Siehst du, wie er Kunst wurde? Nennt sich das Bild? Was für ein Bild. Er lässt immer so irgendwelche Schmähbilder malen von irgendwelchen Leuten, ne? Siehst du, wie er Kunst wurde? Und dann würde ich mich auch freuen... Ja, zeig es uns doch wenigstens mal. ...wenn ihr mir da auf Instagram folgt. Extrem spannender Stream auf jeden Fall. Musik klinkt genauso glaubwürdig. Ja, du, ich tue mir da ein bisschen schwer mit dieser ganzen Situation. Das muss ich schon so sagen. Ähm, auf jeden Fall, Twizy ist super sympathisch. Ich liebe auch seine Musik, sein Snitch-Album damals, höre ich teilweise heute noch. Äh, ähm, und Twizy ist auch auf jeden Fall meiner Meinung nach der deutlich glaubwürdigeren der Geschichte, weil es eben auch Zeugen gibt. Von der Seite gibt es offenbar, also laut Behauptungen von Twizy, gibt es mehr als genug Zeugen, die seine Position bestätigen können. Und ich weiß nicht, ob sich alle Zeugen schon gemeldet haben, aber schon allein die Aussage, dass es Zeugen von deiner Seite gibt, ähm, die sich auch melden werden, macht dich ja schon mal glaubwürdiger, weil wenn du die dann am Ende auch hast, wenn du die am Ende dann nicht hast, würdest du dich ja unglaubwürdiger machen. Insofern, ja. Ja, ich habe mir auch dieses Interview zum Teil angeschaut. Ja, Moment, ich mache die, ich mache die Tabs auf. Mhm. Und dann, schau mal rein. Er gibt mir schon Pausen, in denen ich sprechen kann. Schau mal rein. Ich meine, er schweigt so viel. Ich kann einfach sprechen und das Video laufen lassen. Ist das nicht perfekt? Was ein unterhaltsamer Stream. Jesus. Es gab... Kannst du vielleicht die Geschwindigkeit ein bisschen runterschrauben vielleicht? Panzer hat bei Marvin California ein ausführliches Interview gemacht, bei dem, nachdem Twizy sich bei Bushido geäußert hat. Und er redet so schnell, da komme ich gar nicht hinterher. Vielleicht kann ich die Geschwindigkeit ein bisschen hoch machen. Lass mal so versuchen. Weil er zeigt jetzt gleich Videos, die werden dann sonst zu schnell sein. Auch kaum. Nach dem Battle zwischen Jack... Ja? Wie sieht es mit ApoRed aus? Mimi hat den wohl vollends zerlegt. Ich habe nicht viel. Ich muss ehrlich sagen, ich habe zu ApoRed keine Meinung. Besser so, weil sonst hätte er wieder die andere Meinung. Sonst wäre jetzt seine Meinung. ApoRed, super cool. Ich kriege so... Jo, wie bereits bekannt ist, kam es bei... Ich kriege so ein bisschen peripher mit, was da los ist. Aber holt mich nicht ab. ApoRed. Ja, wow, der schweift so oft ab. Ich habe ja schon Probleme damit. Aber was macht er denn hier? So, na gut. Schauen wir uns das an. Ich muss sagen, das fackt mich sogar ein bisschen an, das ganze Thema hier. Was? Weil ich den Ruth mag. Hä? Weil ich den Ruth mag. Fackt dich dieses Thema ab. Das Thema, wenn jemand verprügelt wird und potenziell bis zu lebensgefährlich verletzt werden würde. Twizy wird von sieben Leuten auf einem Parkplatz zusammengeschlagen, kann von anderen gerettet werden. Der Junge hätte sterben können. Ich weiß nicht, wie weit sie gemacht hätte. Aber potenziell... Aber potenziell wissen wir ja nicht. Ob er das nicht... Ob er nicht hätte sterben können. Und... 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 Und was sagt er? Ihn fackt das Thema ab, weil er Ruth mag. Weil er Ruth mag. Genau. Und Ruth sagt in seiner Instagram-Story, dass er, dass es ein Hinterhalt gegen ihn war. Aber dafür hast du mal gesehen, wie Ruth aussieht im Vergleich zu einem Twizy. Hast du gesehen, wie Ruth im Vergleich zu Twizy aussah? Er sagt auch mehrfach, dass er Marvin nicht mag. Ja. Ganz toll. Ich glaube dir, dass es schwer war, die Stelle zu finden, weil er die ganze Zeit abschweift. Und mich fackt das eigentlich schon die letzten Monate an. Ähm... Aber es ist halt so, wie es ist, ne? Also. Ich sag mal so. Murwin. Der hatte gar nichts, der Rotz... Äh, Ruth, meine ich natürlich. Wisse Situationen, finde ich, rechtfertigen meiner Meinung nach eine Ohrfeige oder auch Notwehr. Aber das ist in einem sehr engen... Das ist in einem... Uff. Ja, natürlich Notwehr. Was auch sonst? Hä? Warum redet er jetzt schon von, dass er die Notwehr zu schwer findet? Warum geht er denn von... Warum geht er denn einfach davon aus, dass Sinan recht hat? ...sehr engen Rahmen abgesteckt. Halt echt, er wirkt wie ein verwirrter alter Opa. Ich sag nicht, dass er einer ist, weil ich glaub nicht, dass er... Nein, Spaß. Leute, wir machen hier oft Satire. Er wird... Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass er hier drauf... Dass er das sich hier anschaut. Den Witz spreche ich deswegen nicht aus. Kann schon mal... Ich kann schon mal verstehen, dass... Dass irgendwie mal... Dass es mal eine Schelle gibt oder so. Aber das sind Ausnahmesituationen. Mhm. So. Ja, wenn es wirklich... Mal eine Schelle. Da hat man auch so ein blaues Auge und so, komplett rot. Zum Beispiel, du bist unterwegs, na. Und irgendwer will es wirklich wissen und es gibt keine Möglichkeit, die Sache irgendwie zu deeskalieren. Ja. Dann sag ich so, dann habe ich durchaus Verständnis, wenn es mal... Wenn es mal eine Watschen gibt. Aber... Eine Watschen. Also Internetsachen sollten prinzipiell gewaltfrei geklärt werden. Und wenn, ja... Wenn, dann sollten nur Betroffene zulangen dürfen. So. Also... Bist du in der Lage, alle US-Staaten auf einer Karte aufzuzeigen? Nein. Gute erste Frage hier im Chat, schön, dass du da bist und nein. Ähm... Ich kann mir ihn richtig als Schwurbler vorstellen. Ich auch. Irgendwie sind... Irgendwie ist das schon wirr, was er sagt. Beziehe doch ein ganz klares Statement. Ich weiß nicht, er labert ja rum. Das ist ja mein Problem hier. Ich kann es verstehen. Ich würde es verstehen, wenn ein Sinanswoche mir eine auflegen möchte. Ja, das tut er zwar nicht, ne, aber... Das spricht doch gegen seinen Freund, Bruce. Willst du denn... Wir speifen gerade genauso vom Thema ab, Leute. Aber ja, das bin ich, glaube ich. Aber wenn wir diesen Teil unten, ähm... Wenn wir so die südöstlichen Teile rauslassen, da wird es nämlich schwierig hier im Balkanraum. Ich verstehe. Dem wäre ich nicht mal... Dem wäre ich nicht mal böse. Er spricht gerade gegen seinen Freund. Ja, vielleicht schon. Aber irgendwie so wirr, dass man keine klare... Stellung beziehen kann. Ja, er hat gerade gesagt, Internetzahlen sollten im Internet bleiben. Aber ich verstehe nicht... Wieso? Also, Bruce ist ja auch im Internet nicht das Opfer. Versteht ihr, was ich meine? Und ich kann auch verstehen... Ja, ich kann auch verstehen, wenn der Bruce das Bedürfnis hat, den Zwies in eine Ohrfeige zu geben. Oder dem Kuchen. Ja, oder von mir aus dem Jay. Das kann er verstehen. Cassius Clay. Kann ich... Warum? Und das findet er auch in Ordnung, oder wie? Oder kann er nur verstehen? Aber er findet es nicht in Ordnung? Das wäre ja ein gutes... Also, damit können wir ja arbeiten. Nur, wenn man stellvertretend dann andere losschickt, dann ist das schon eine miese Aktion. Unabhängig davon, ob der Bruce das jetzt gemacht hat oder nicht. Eine miese Aktion, ja, das beschreibt... Das ist ja schon ein bisschen verharmlosend. Ich finde, das sollte nicht sein. Dass man das Bedürfnis hat, kann ich auch verstehen. Aber dass man das macht nicht... Ja, meine ich auch. Also, bis jetzt ist es ja nochmal gar nicht so schlimm. Also, wir können... Ich habe jetzt ein bisschen mich so ein bisschen aufgeregt, aber bis jetzt ist es noch nicht zu schlimm, was er gesagt hat. Bis jetzt kann man ja allem so ein bisschen zustimmen. Ich würde sagen, er verschiebt in Teilen ein bisschen den Fokus gerade. Aber an sich würde ich dem immer noch zustimmen, soweit. Das ist jetzt noch nichts komplett falsch. Grundsätzlich, Gewalt geht gar nicht. Und egal, wer das war... Das ist dead right. Ich bin da... Okay. ...in der Sache... ...mit dem Twizy solidarisch. Ich mag diesen Typen überhaupt nicht. Jemandem körperlichen Schaden zufügt. Es geht ja um extrem körperlichen Schaden. Ihr müsst euch überlegen, der hat ein blaues Auge. Ein blaues Auge wird oft relativ harmlos dargestellt. Aber theoretisch kannst du durch so einen Impact sogar blind werden. Ich finde, das, was der gemacht hat, ist absolut schäbig. Diese ganze Sache, die haben sich ja da... Ich meine, das ist ja komplett bescheuert. Die Typen haben ja aus Versehen... Wie war das? Einen Stream. Die hatten einen Stream laufen und haben aber dann vergessen abzudrehen. Und da reden sie darüber, wie sie quasi... Die Hörnerschütterung hat er auch. Oh, das habe ich... Okay, ich glaube, ich habe es vergessen. Gehört, müsste ich es haben. Jesus fertig machen, wie sie dafür sorgen wollen, dass der Sinan-Gi nicht auf diese Veranstaltung kann und wie sie da irgendwie auch den Ruth fertig machen und so. Nee, darüber haben sie nicht geredet. Also es ging da nicht um körperliche Auseinandersetzungen. Es ging da nicht um körperliche Auseinandersetzungen von unserer Seite. Also von... Reden wir mal von unserer Seite. Außerdem ist eine Ohrfeige, die ja nicht okay ist, nicht mit dem Gleichzustellen... Hat er auch nicht gemacht. Wir bleiben ganz fair jetzt mal. Ihr merkt, ich bin jetzt nicht so überzeugt von ihm. Ich finde jetzt nicht gerade spannend, wie er redet. Das stimmt nicht. Ruth wurde kein Haar gekrümmt. Das ist richtig. Und die hatten auch nicht den Plan. Mann, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Gäbe es den Ausschnitt, wie die davon sprechen, sie wollen ihn körperlich fertig machen, dann hätten wir davon mitbekommen. Das gibt es. Und dann gibt es auch, das war am Sonntag, hat der Kuchen einen Anruf bekommen von diesem Twizy und hat auch nicht gemutet. Und da reden sie ganz klar darüber, wie sie eine Kampagne starten gegen den Ruth. Ich finde das absolut schäbig. Dann zeig uns den Ausschnitt, Junge. Guck mal. Da merkst du, was seine Argumentationsstrukturen noch immer sind. Zeig uns doch den Ausschnitt. Wir sprechen, was ist überhaupt eine Kampagne? Genau, das ist auch eine gute Frage. Aber zeig uns wenigstens den Ausschnitt. Mach so ein ganz klein bisschen Quellenarbeit, weil es ist ein Unterschied, ob man sagt, wir machen den jetzt mit einem argumentativen Video komplett fertig oder wir sagen, wir schlagen den anderen da auf einem Parkplatz zusammen. Das ist nicht nur auf einem anderen Level, sondern es hat nichts miteinander zu tun. Das eine ist völlig in Ordnung und das andere geht unter keinen Umständen. Ich habe es auch nicht mitbekommen und ich gucke es so gut wie jeden Stream von Kuchen. Siehst du? Ich weiß nicht, vielleicht hat er andere Quellen. Bezweifle stark, dass dieser Ausschnitt existiert. Ja, vielleicht haben die angerufen, aber da ging es safe um etwas komplett anderes, als er jetzt daraus macht. Es klingt ja jetzt fast so, als hätten die auch vorgehabt, ihn zu schlagen. Ich finde trotzdem nicht, dass man da irgendwie zumehrt auf diesen, vor allem das ist ja ein Giftswerk, der ist 1,50 groß oder so. Ein Giftswerk? Wie redest du hier gerade von deinem Opfer? Wie redest du hier gerade von deinem Opfer? Du redest gerade wirklich... Da auf so einen Typen loszugehen. Du redest gerade wirklich von Tuisi. Habe ich das gerade richtig verstanden? Du bezeichnest das Opfer eines körperlichen Angriffs von sieben Menschen auf eine Person gerade als Giftswerk. Giftswerk. Du hast das Opfer einer körperlichen Auseinandersetzung, der mit einem blauen Auge und Gehirnerschütterungen, wie ich jetzt gerade nochmal korrigiert wurde, geendet ist. Der unter Umständen hätte sterben können, wenn ihm niemand geholfen hätte. Ich möchte es nicht unterstellen, dass sie so weit gegangen wären, aber viel zwischen auf jemanden einstechen, viel zwischen mit einem Messer ziehen in der Prügelei und jemanden umbringen, ist nicht. Da gibt es nicht so viel dazwischen. Da gibt es nicht so viel dazwischen. Vielleicht weiß er zu dem Zeitpunkt noch nichts darüber. Der Stream ist von gestern. Ne, vom 18. Wann ist der 18.? Der Stream ist von gestern. Gestern wusste man alles. Man wusste vorgestern schon alles. What the fuck? Ja, so. Also das ist ja komplett bescheuert. Da muss man ja nicht mal, da muss man... Warum nennst du ihn Giftzwerg? Warum ist Victim Blaming da in Ordnung? Warum ist Victim Blaming da in Ordnung? Nein, 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 nein. Er wusste schon von dem Angriff. Mal im Ansatz drüber reden. Ja, das ist ja komplett bescheuert, so auf so einen kleinen, auf so einen kleinen loszugehen. Nein, das wäre auch nicht okay, wenn er zwei Meter groß wäre mit sieben Leuten. Waren sieben, richtig? Wenn der Clip, wenn so ein Clip von Kuchen existieren würde, wäre der schon überall rumgegangen. Ja. Der wäre überall rumgegangen. Und warum zeigt er ihn nicht, wenn er so unfassbar existiert? Entweder existiert er gar nicht oder dieser Clip von Kuchen ist irrelevant, weil es da um etwas ganz, ganz anderes geht. Das regt einen doch wirklich auf. Nicht nur mit sieben, auch nicht mit einem. Wie nicht nur mit sieben, auch nicht mit einem, was? Ach so, ja natürlich. Aber du darfst auch nicht mit einem gegen jemand zwei Meter großen vorgehen. Aber er redet ja gerade davon, dass es unfair ist. Es ist egal, ob es unfair ist. Ein Kleiner mit einem Messer kann mehr ausrichten, als ein Großer mit einer Faust. Ja natürlich, wir reden nicht drüber, ob es korrekt wäre. Aber ich weiß auch nicht, warum er jetzt von einem Giftzwerg spricht. Nur weil er das Opfer, weil er hier Victim-Blaming betreibt. Und zwar das Opfer von einem Anschlag jetzt hier irgendwie als Giftzwerg bezeichnet. Was wäre denn passiert, wenn man das, keine Ahnung, wenn man hier die, wie ist er denn mit Leuten, umgegangen, die bei der Rammstein-Thematik nicht vorverurteilt haben. Er war einer von den Vorverurteilern an der Stelle. Ich sage nicht, dass man die Opfer da hätte beleidigen sollen. Das wäre der absolut falsche Weg. Ich beleidige am liebsten niemanden. Aber, ich meine, da war er doch ganz schnell dabei. Nur weil er hier seinen Sinan hier liebt und dem dienen muss, heißt das nicht, dass er hier den Opfer von einem Anschlag nochmal beleidigen muss. Allein dieser Clip reicht, um seine... Alleine dieser Clip ist schlimm genug. Mehr Aussagen braucht wir eigentlich schon gar nicht. Nur, ich zeige euch hier jetzt mal. Zeig uns hier jetzt mal. Baba, eindeutig based, ja. Ich zeige euch hier jetzt mal, so wie sie weiß aber auch, dass Sinan ein Street-Typ ist, was dachten sie bei dem Diss-Track? Ja, na du, ja, klar. Was, 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 was? Street-Typ ist, was dachten sie bei dem Diss-Track? Es ist erstens extrem dumm, es ist zweitens extrem dumm, extrem schwach, viertens extrem abartig, ja. Warte mal. Twizy weiß aber auch, dass Sinan ein Street-Typ ist, was dachten sie bei dem Diss-Track? Ja, na du, ja, klar, aber die Vorwürfe gehen ja, die gehen ja gerade gegen den Lusen. Wartet, 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 Twizy weiß auch, dass Sinan, nee, was, was, Sinan, ein Street-Typ ist, was dachten sie sich bei dem Diss-Track? Warte mal, aber müsste ich eigentlich Ruth sein? Was dachten sie sich bei dem Diss-Track? Ja, ein Diss-Track zu machen. Alter, weil der ein Street-Typ ist, mache ich kein Diss-Track, da muss ich ja erwarten, dass, dass der ganz sicher wohl, ähm, mich jetzt umbringt, wenn ich eine Diss-Track mache, dann darf man natürlich kein Diss-Track gegen den machen. Ja. Da gehören Schlägereien nicht zu, also nicht in meiner Welt, aber wenn es ein Street-Typ ist, ah, okay, wenn es, wenn es ein Street-Typ ist, ist es ja super, ein cooler Street-Typ. Na. Oh, danke, danke, 5,99 auf, auf YouTube von Aaron. Thank you. Ich will keine Umarmung. Wir lieben uns alle! Wir lieben uns alle! So, also, das, das finde ich, ist aber auch... Ich mag ihn jetzt schon nicht, ja. Das ist, glaube ich, gerade der erste Stream, den ich von ihm richtig sehe. Sonst waren es immer nur Ausschnitte. Also, dass der Typ überhaupt die Chuzpe hat, so die Fresse aufzureißen, ist unglaublich. Ich mochte den sowieso nie, mir war der immer unsympathisch, ähm, aber, aber das, das musst du mal schaffen. Bushido. Leute, was geht ab? Mein Name ist Bushido. Ich, äh, wünsche euch erstmal einen, äh, ganz schmausigen, äh, dritten Advent und, äh, hoffe, dass ihr einen schönen Sonntag habt. Ansonsten, kleine Info, heute Abend, äh, ich versuche 19 Uhr live zu sein und, äh, ich hoffe, ich habe den Kollegen, äh, Twizy mit dabei. Es ist nämlich gestern echt eskaliert. Ja, es ist eskaliert, sagt er so. Eskaliert ist ja eigentlich schon eine Verharmlosung, könnte man sagen. Das ist absolut die Ekel. Also, schon eine Verharmlosung in die falsche Richtung. Baba macht, allerdings gerne mal ein bisschen Star Wars Park, wenn er, wenn es gegen Leute geht. Genau. Da darf man einfach mal über die, über die Mutter sagen, wie, wie unfassbar, anziehend er ihre, 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 ja. ...aktion, die man bringen kann, ist passiert. Äh, die Jungs waren gestern beim Battle und, ähm, bei dieser komischen Tierstar, äh, Schose da, keine Ahnung, was da da ist. Und dann kam ein gewisser Herr Roos mit seinen Kollegen und dann haben sie den Twizy angegriffen, der war dann auf dem Krankenhaus, der wurde mit einem Messer attackiert. Er hat sich auch so mit Roos persönlich hin und her geschaut. Also, Messer attackiert, Bullshit einfach, ne? So, Krankenhaus. Warum ist Messer attackiert einfach Bullshit? Die Wurter, die wohl, die immer keine Internetpräsenz hat. Ja, wir brauchen nicht über das andere eklige Thema reden, da haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen. Widerlich. Brauchen, kann ich nichts, kann ich jetzt, können wir aber jetzt nichts dran ändern. Also, da ist ja mir auch schon negativ aufgefallen. Aber jetzt mal ganz kurz ernsthaft. Was bringt denn jetzt ein Barbar-Bartonek dazu, einfach mal zu sagen, Messer Bullshit? Weil, weil, weil es keinen Nachweis dafür gibt? Aber es gab ja, gibt ja angeblich Zeugen, die das gesehen haben. Sobald die Zeugen rauskommen, ist das doch dann vorbei. Panzer, seine Jacke wurde zerstochen. Da gab es ein Messer. War er dabei? Nein. Nein. So. Und, und soweit ich weiß, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe das nicht ganz genau im Kopf. War er nicht auch einer von denen, die bei der Rammstein-Thematik von sowas wie K.O.-Tropfen und so weiter gesprochen haben, obwohl es dafür auch keine Beweise gab? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Vielleicht ist das gerade eine Fake News. Aber soweit ich weiß, kann ich mich an Aus-, nee, an Leute erinnern, die gesagt haben, dass er das gesagt hat. Also, es ist nicht, nicht jetzt eine Aussage von mir. Er erzählt nachher bei mir im Stream. An dieser Stelle, das ging zu weit Gewalt und so. Ja? Besonders der, der die große Fresse hatte, mir immer irgendwas vorwürft, was ich nie gemacht habe. Gestern selber erst mal auf Action gemacht. Wir reden später dazu. Also, 19 Uhr Twitch. Was hat er jetzt falsch gemacht? Was genau hat er jetzt falsch gemacht? gerade er muss so, muss so das Maul aufreißen, keine Gewalt und blibla blub. Gerade, gerade er. Was denn? Ich mag Ruth auch, was da passiert ist, ist schon wie inszeniert. Dass Ruth sich da aus der Balance ausgeschrien hat, ist normal, nachdem die das so aufgestackelt haben, haben wir eigentlich Frieden geschlossen und dann kommt es euch ein Distract von denen. Ich denke, da sind nun noch mehr Leute, die denen eins reinhauen möchten. ist ja nicht nur Ruth, der unter einer Nierenerkrankung leidet. Die sind zu weit gegangen, ich vermute. Jeder sollte sich gegen Gewalt aussprechen dürfen, ja. Ein verurteilter Mörder sollte sich danach auch gegen Gewalt aussprechen dürfen und sollte sich auch gegen Gewalt aussprechen. Bushido, beziehungsweise er, durch eure Fahrt hat man Menschen zu, zu, vorgeschickt, die Leute abstechen. Ich glaube, das meint, war aber gerade er. Ja, und weil, weil er das damals gemacht hat, darf er jetzt nicht gegen Gewalt sein. Also Baba Bartonek sollte jetzt auch weiterhin immer noch davon reden, dass die Weltregierung uns mit Chemtrails umbringen möchte, oder wie genau darf ich das jetzt verstehen? Dann hör jetzt auf, einen auf Moralapostel zu machen. Du warst mal Schwubber, dann bleibst du immer Schwubbler. Du kannst dich menschlich nicht weiterentwickeln, oder wie genau erklärt er uns jetzt den Zusammenhang? Moment, tut sie das nicht? Sogar, dass es sowas wie ein Monika-Sales-Move war, kenne ich gar, kenne ich mich nicht aus, um ehrlich zu sein. Aber wir schauen, wir schauen uns das jetzt eh durch. Also Bushido, keine Gewalt. Bushido, der Angeblich sollte Ruth mal von Bushido zusammengeschlagen werden, oder zusammengeschlagen werden, aber dazu gibt es keinen Beweis, dass es wirklich so war. weiß ich nicht. Aber wenn es wirklich so gewesen sein sollte, dann würde es ja dazu einen Gerichtsprozess geben, oder keinen Gerichtsprozess geben. Da muss ich, also drei Möglichkeiten. Erstens, es gab keinen Gerichtsprozess dazu. Dann können wir nicht wissen, ob er das gemacht hat, beziehungsweise ob er es gemacht hat. Aber es gibt keine Verurteilung. Deswegen wäre in diesem Fall Bushido unschuldig juristisch, weil solange es keine Verurteilung gibt, ist ein Mensch unschuldig. Zweitens, es gab einen Gerichtsprozess und er wäre eingestellt worden, wegen Mangel an Beweisen oder sonst was, dann wäre er ja auch unschuldig. Und, oder eben freigesprochen, wie gesagt. Und letzter Fall, er wäre verurteilt, dann wüssten wir das aber. Er in Österreich in Untersuchungshaft war, weil er einen Typen zusammengeschlagen hat, die haben sich dann auf eine Diversion geleitet. Er war in Untersuchungshaft, also nicht in Haft. geeinigt, weil er unbescholten war, hat einen Typen zusammengeschlagen. Dann gibt es diese ganze... Er hat mal einen Typen zusammengeschlagen. Von wann ist der Artikel? Von 2012. Der Artikel ist elf Jahre alt. Willst du mir ernsthaft erzählen, dass dieser Artikel, der knapp, der fast zwölf Jahre alt ist, jetzt dafür steht, dass er nie wieder sich gegen Gewalt aussprechen darf? Zwölf Jahre. Die ganze Geschichte rund um Flair, wo auch so angedeutet wird, dass... Man ist nicht dazu... Nein, habe ich auch nicht gesagt, dass man dazu verpflichtet ist, aber bewiesen ist es dann halt nicht. Ich würde das schon machen, aber bewiesen kann es da nicht werden, dass es diese Schlägerei gab. Ich würde das deswegen schon machen. Aber wann habe ich denn behauptet, dass es richtig verpflichtend ist? Wie... Diese... Der war ja ganz lange mit dem Arafat unter einer Decke und die haben ja nicht lange rumgefackelt. Anscheinend ist es Baba seine Meinung. Okay. Baba erzählt Verschwörungstheorien. Darf ich dann jetzt auch einfach so sagen, weil er mal Verschwörungstheorien erzählt hat? Gut. Finde ich auch komplett bescheuert, dass man den Bushido das irgendwie so durchgehen lässt, dass er sich da so als Opfer stilisieren kann und so. Das ist zwölf Jahre her. Dass es Leute gibt, die ihm das so abnehmen, ist komplett lost, aber mein Gott, so ist halt die Welt. Und jetzt schauen wir uns das kurz an, das Patrice-Statement zu dieser ganzen Sache, weil das ist wichtig, das hat nämlich eigentlich auch einen Bezug zu jetzt, obwohl das Mitte der 2000er war. Dann gab es diese Geschichte mit Flair. Weißt du, ich meine, ich stand daneben, als Flair fast abgestochen wurde. Bei uns im Foyer, wo trotz Kameraüberwachung keiner wusste, wie wo was passieren konnte. Damals Musser, der ja sonst irgendwie noch irgendwie auch so der Personenschütze, also bis heute, das zeigt ja auch, das sagt sehr viel über Sido, wie lang und eng er auch mit Leuten zusammenarbeitet, die er von Ewigkeit noch mehr kennt, nicht nur mit Desi und so, dass der echt noch dafür gesorgt hat, dass irgendwie Flair da irgendwie noch safe rausgekommen ist und so weiter. Und auch da hat der MTV einfach mal so Schiss und hat noch nicht mal bekannt gegeben, ey, die und die Person war das. Insgesamt gab es ja schon so ein paar Gerüchte. Man kann es ja leider nicht immer beweisen. Trotzdem würde es das nicht rückgängig machen. Ja. Aber wir müssen ja Leute trotzdem als unschuldig behandeln, wenn sie nicht verurteilt sind. Und look, worum geht's? Wir reagieren auf Baba Bartonek, der über über eine über einen Angriff über einen Angriff mit sieben Leuten an einen Rapper zwölf Jahre war Baba noch Verschwörungstheoretiker. Ist der deswegen jetzt immer noch einer? Genau, er ist jetzt auch keiner mehr. Baba Bartonek. Baba Bartonek. Mh. Wir reden über die, also es, über die Eskalation. Es war eigentlich ein Anschlag. Es war ein Anschlag mit sieben Leuten auf Twizy. Einer davon hat ein Messer gezogen. Er hatte eine Gehirnerschütterung, ein blaues Auge und eine Jacke wurde zerstochen. Ich glaube, niemand hat wirklich Stichwunden vom Messer wirklich schwere Betrohung. Ach, hab was mitbekommen bei Kuchen. Ähm, ja. Und was er jetzt hier macht, ist hier Twizy als Giftswerk beleidigen und irgendwie relativieren, dass Bushido jetzt nicht gegen Gewalt sein kann, weil der angeblich auch mal Gewalt ausgeübt haben soll, obwohl es dazu kein Gerichtsprozess gibt und keine Zeugen, soweit ich weiß, oder vielleicht gibt es Zeugen, dann bin ich nicht tief genug drin, aber definitiv ist es, ähm, ist es zwölf Jahre her. Zwölf Jahre ist der Artikel her, also knapp zwölf Jahre, dann wird es ungefähr zwölf Jahre her sein. Perfekt. Also, deswegen darf er jetzt nicht mehr gegen Gewalt sein. Ja, aber es war, es gab auch so Zugeständnisse auf eine bestimmte Art und Weise, aber insgesamt wurde die Anzeige sogar zurückgenommen. Also so viel Eier hat der MTV, weil die gesagt hat, nee, wir wollen kein Beef, das ist nicht unser Problem. Ja, so, also da ging es darum, na, Flair hat irgendwie ein Poster runtergeriesen und dann standen plötzlich Leute da mit Messer und da gibt es eine Verbindung zu Bushido, weil das Poster war von Bushido. Das wirkt schon seltsam, wenn Bushido sowas kritisiert, der hat jahrelang maskierte Schläger-Trupps wegen Kleinigkeiten auf Leute. Bruder, darf ich kein Atheist sein, weil ich mal an Gott geglaubt habe, oder was? Genau. Oder wenn du als Kind vielleicht, keine Ahnung, ähm, Ameisen zertreten hast, dann darfst du jetzt nicht kein Tierquäler sein. Oder was auch immer. Da muss man nicht drüber, über diesen Typen muss man nicht reden. Das ist einfach ein Charakter. Damit möchte ich jetzt nicht die erste Tat als Ameisen treten, also die vermeintliche Tat von Bushido. Aber dann müsst ihr euch halt auch mal überlegen, Bushido ist nicht Twizy. Ich meine, worüber reden wir hier eigentlich gerade? Das ist mir jetzt gerade erst klar geworden. Bushido ist nicht Twizy. Bushido ist doch nicht Twizy. Warum reden wir überhaupt über Bushido? Das ist ja maximal über fünf Ecken, oder? Mieser Typ, der Bushido. let's eat, ja, und man sieht es ihm ja auch an. Was? Der hat seine Millionen und schaut aber aus, als würde er irgendwo in der Kanalisation leben. Man sieht es ihm an? Man sieht ihm an, dass er ein Schläger ist, oder was? Sieht man dir an, dass du jetzt hier von realem Schwurbler zu Twitch-Schwurbler geworden bist, oder was? Ich meine, seit wann sieht man den Leuten was an? Ich meine, maximal dumm. Ja, Cats Video habe ich gesehen. Über diesen Typen muss man nicht reden. Ich habe mit diesem ganzen Rap-Ding nichts zu tun, aber das habe ich auch mitbekommen, was der für eine Knalltüte ist. Also wie gesagt, du stehst da nicht. Kurz Zeit später gab es auch so ein Konzert, ich glaube in Hannover war das, wo sogar Bushido auf die Fresse bekommen hat. Vor einer auf die Bühne gegangen, als sie meine verpasst hat und so weiter und so fort und da dachte ich so, ey, das ist nicht mehr Hip-Hop, da verstehe ich nicht. Ja. Und dann hat er auch noch die Vanity Fair, die kurzerhand noch da war. Dann gab es diesen... Ja, dann gab es einen Artikel in der Vanity Fair. Ein Artikel... Also denkt dran, Wir sind jetzt gerade ungefähr 20 Kilometer von Twizy entfernt. Wir reden jetzt darüber, ob Bushido mal jemanden geschlagen hat, wofür es keinen Gerichtsprozess gibt. Twizy, bei dem es einen konkreten Anschlag gibt und sich Ruth, den er hier irgendwie liebt, aus irgendeinem Grund, ähm... Weil Twizy bei Bushido im Stream ist, nachdem es passiert ist. Das ist so, als hätte Twizy sich damals für den... Hitler... Warte, was? Das ist so, als hätte Hitler sich damals für das Opfer eines Anschlags ausgesprochen und er setzt sich nur damit auseinander, dass Hitler ja selbst... Dann, dein Beispiel gibt keinen Sinn, Apfelow. Entschuldigung. Dein Beispiel ist irgendwie maximal seltsam. Never mind. Artikel... Also der hat ja schon in der Juice auch gegen seine ehemaligen Labelleute, so wie Nephi oder so, geschossen, so für wegen, ey, weißt du, in dem Haiferspekt muss man aufpassen, dass man nicht gepresst ist. Fragezeichen, 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 denke ich mir auch gerade. Hä? So eine Ansage. Also, bin auch verwirrt, also, Apfelow, keine Ahnung, was du sagen. Weißt du, wie du sagst, Tony Montana, yeah, der reloaded. Wir reden gerade über ein Thema und sind in einer YouTube-Aufnahme, deswegen, ja, ich finde es auf jeden Fall gut, die neuen Twitch-Richtlinien. Ich will jetzt auf jeden Fall hier auch den neuen Content machen. Bushido, ne? Und, also, ich fasse es jetzt wirklich gerade mal so bruchstückhaft so zusammen, aber auch in einer Vanity Fair, wo er dann irgendwie tatsächlich dann so ausgesprochen hat oder niederschreiben lassen hat, so von wegen, dass ich der Agitator wäre, so von wegen, jedes Mal, wenn er da ist, ey, sag mal was gegen Agro und so weiter und so fort, was natürlich so seine Fans so von wegen, ja, Patrice, der Wichser und so, der will unbedingt Dolby farben und ich war der Letzte, der das wollte. So aus der professionellen... Warum schauen wir jetzt irgendeinen Podcast über Bushido von 2019, 18, keine Ahnung, was auch immer. In der Ellenseite, bei MTV waren die alle so die Auffassung, ey, Digga, weißt du, da musst du drüber stehen, weißt du, das hat nichts mit uns zu tun, ist okay, weißt du, da muss man sich zurückhalten. Aber was die Leute nicht verstanden haben, das gerade bei einem Sender wie MTV, die haben ja nie offiziell wirklich so Quoten ja preisgegeben, bist du ja nie nur nach Quote gegangen, sondern du hast es am Ende des Tages ja für die High Fives und Club gemacht. Also du wolltest schon Respekt, Anerkennung für das, was du da tust. Worüber reden wir hier gerade? Und so ein Artikel mag mich heute vielleicht nicht mehr so kümmern, aber damals hat das für mich bedeutet so, es ist ja nicht nur so, dass die Fangemeinde von Bushido dann quasi sagt, so Patrice ist der Antichrist, sondern auch plötzlich so die Aggro-Leute, die denken, oh, er macht so auf Buddy mit Aggro, aber eigentlich will er nur die B für Quote und für MTV und quasi aus dieser allen Auseinandersetzung, das Risiko zu haben, irgendwann mal am Club zu sein, einfach auf die Fresse zu bekommen, für nichts hat er gesagt, nee, it's not gonna happen. Also, was hat er gesagt? Okay, ich check's auch nicht und zwar gar nicht. Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Bushido da irgendwie so, aber auf dumm einfach, also der hält sich da für so einen Mastermind, der die Fäden zieht, macht es aber auf so eine plumpe Art. Ich hab nie gesagt, dass Bushido der beste Mensch überhaupt ist. Ich kenn mich mit Bushido zu wenig aus. Bis jetzt hab ich noch nicht arg viel Schlechtes zu Bushido gehört, ich hab aber auch noch nicht mich mit Bushido beschäftigt und zum Wohl. Das Dümmste ist nur hier gerade, warum wir über Bushido reden. Ja, er war bei Bushido im Stream, um Reichweite auf dieses Thema zu lenken. Kann es einem dann nicht prinzipiell egal sein, ob Bushido der cleanste Cleanman ist oder nicht? Ist das nicht völlig egal in dem Punkt? Ja, okay, wenn der jetzt jeden Tag, heute noch, zehn Leute zusammenschlagen lässt, okay, dann verstehe ich, warum man sich vielleicht nicht bei ihm in den Stream setzen sollte. Aber, wir reden gerade darüber, oh, perfekt, jetzt kommt jemand in den Chat, dass Twizy von sieben Leuten attackiert wurde, einer davon mit Messer. Und dann kommt irgendwie, ja, Bushido da, dass ich in den Stream gesetze, Bushido ist auch nicht die perfekteste Person. Ich hab's gerade ein ganz klein bisschen erklärt, wir waren gerade an der perfekten Stelle, wo ich das direkt ein bisschen erklären konnte. Dass sie total leicht durchschaubar ist. Und wir reden gerade über, äh, ähm, Barbara Bartonek, der irgendwie Bruce verteidigt, der diesen Anschlag anscheinend, ähm, beauftragt haben soll. Ich weiß nicht, wie man diesen Clown, wie man diesen Clown noch ernst nehmen kann. Vor allem, wenn man die, diese Amazon Prime Doku gesehen hat, so, also wirklich, wirklich lächerlich. Läch, lächerlich, Bushido. Einfach lächerlich. So, jetzt steht, Bushido macht, ist er aber, wie das halt ist, mit so charakterlosen Typen. Die sind halt die Ersten, die die moralische Instanz machen und in Sachen, in Sachen, Bruce hat er das gemacht, ist gleich mal auf Instagram, hat das rausgehauen, Messer im Spiel und so. Dann hat er den Twizy. Ähm, ganz kurz, bist du dir sicher, was, was diesen Beweis mit, ähm, mit dem Messer angeht? Also, bist du dir sicher, dass der, dass der, ähm, dass die Jacke zerstochen ist? Weil dann haben wir ja den Beweis. Also, ich verstehe nicht, warum er raushaut, dass es keinen Beweis gibt. Eingeladen zum Talk und dann sind sie beide da gesessen, der Twizy ganz betroffen und fertig und der Bushido. Ach so, wie, wie, ach so, wieso ist, hat er sich wohl betroffen in den Podcast gesetzt? Wieso setzt man sich wohl betroffen in den Podcast, nachdem man von sieben Leuten zusammengeschlagen wurde? Wieso, wieso, wieso setzt man sich nach einem Anschlag mit sieben Leuten und einem Messer, das involviert war, in den Podcast und ist betroffen. Komisch. Es ist wirklich komisch, kann ich auch nicht nachvollziehen. Der große Agitator, der das irgendwie, dieses Gespräch versucht hat, ähm, darzustellen, ne, sag ich mal. Und dann war das mit dem Messer, und es hat ein Journalist, Sebastian Eder, der schreibt für die, ist das gut oder schlecht? Ist das Absicht? Sag mal. FVZ hat, ist der Sache nachgegangen und hat mal bei der Bullerei nachgefragt in Köln. Ich hab das Interview nicht gehört. Da kam dann diese Antwort zurück nach einer Schlägerei unter mehreren Männern. Erfolg, by the way. Mit zumindest einem Leichtverletzten hat die Polizei Köln eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Waffen oder gefährliche Gegenstände wurden nach jetzigem Kenntnisstand bei der Auseinandersetzung gegen 1,40 am 17. Dezember auf der Neusser Landstraße nicht eingesetzt. Zu den Hintergründen dauern die Ermittlungen noch an. Also das sind jetzt vorübergehende Ermittlungen. Wir sehen, ob sich da noch was ändern wird. Soweit ich weiß, zersticht man eine Jacke nicht ohne gefährliche Gegenstände. Also mir würde jetzt keiner einfallen, mit der du so einfach eine Jacke zerstechen kannst. Ja, leicht verletzt. Also der Twizy saß beim Bushido im Stream und hat von einer schweren Gehirnerschütterung gesprochen. Er hat siebenmal gekotzt. Der wäre so nicht aus dem Krankenhaus. Also ich kann nur sagen, wie es in Österreich ist. Wenn du mit einer schweren Gehirnerschütterung im Spital bist, kommst du nicht raus. Du kannst dich selbst ausweisen auf eigene Gefahr. Kein Krankenhaus kann dich festhalten. Mindestens nicht am gleichen Tag. Doch. Habt ihr in Österreich keine... Der hatte nur lange Nägel. Lange Nägel können auch ein gefährliches Ding sein, I guess. Eine gefährliche Waffe. Ähm. Oh. Talo unterstrich X3 mit 9 Viewers. Talo mit 9 Viewers. Was geht? Was geht? Ähm. Banger Musik auf jeden Fall. Danke. Was geht? Ihr habt den... Ihr habt den Raid... Ihr habt mit eurem Raid den Stream verlängert. Ähm. Leute, wenn ihr ein Follow da lasst, pro Follow streame ich nochmal drei Minuten länger. Wie war euer Stream? Schön, dass ihr da seid. Ähm. Kann mal kurz jemand... Warte, ich mach mal kurz Shoutout. Talo, wie war euer Stream? Danke für deinen Raid. Wir reagieren gerade auf Baba Bartunek und den Anschlag auf Twizy. Ähm. Der wurde mit sieben Leuten einer davon mindestens laut seinen Angaben äh bewaffnet mit einem Messer. Ähm. Hier folgt mal alle Talo. Ähm. Und keine Ahnung wieso und keine Ahnung wieso aber Baba Bartunek versucht irgendwie auf dämlichste Weise ihn zu verteidigen. Frag mich nicht wieso und was genau da los ist. Also er liebt irgendwie diesen Sinanji und diesen Roos und Roos soll angeblich laut Angaben von Twizy der meiner Meinung nach sehr viel glaubwürdiger ist als die Seite von Roos ähm diesen Anschlag organisiert haben. Dafür gibt es auch Zeugen. Vielleicht ist es in Deutschland anders. Wir haben ja heute gehört, Deutschland geht den Bach runter. Also kann sein, dass es anders ist. Das glaube ich nicht. Das heißt nicht, dass das okay ist, was man mit ihm gemacht hat. Aber so diese Dramatik, wie er das erzählt hat, finde ich ein bisschen schäbig, aber muss er selber wissen. Wie war denn euer Stream? Was er macht. Und jetzt schauen wir rein. Ich kümmere mich nachher drum. Jetzt schauen wir rein, wie Sinnig erzählt, so aus seiner Sicht, was da passiert ist. Der war ja, der war ja auch dort und wie der das zusammenfasst. Normalerweise lassen die dich eine Nacht drehen, außer es ist wirklich viel los. Man kann jetzt vollkommen, dass sie dich gehen lassen, aber nur... Das stimmt ja gut, Dankeschön. Das freut mich doch. Das freut mich doch auf jeden Fall zu hören. Ja, auf jeden Fall, aber mit einer schweren Gehirnerschütterung gehst du nicht aus. An sich kannst du dich jederzeit selber ausweisen, aus dem Krankenhaus, soweit ich weiß. Also, eine schwere Gehirnerschütterung, das Ding ist, du kannst eine Schwellung bekommen, das Gehirn kann anfangen zu schwellen und dann verreckst du. Und das ist halt vor allem in der Nacht urgefährlich. Ja, du kannst dich selbst entlasten, das stimmt. Da kommt's. Allerdings, ja. Bushido hat die Frau seiner Kinder geschlagen, hat ein minderiger Mädchen bedrängt, hat für manche blaue Augen gesorgt. Im echten Leben kann man alles immer noch recherchieren. Mock hat sich auch eben gefragt, wie kann das sein, dass die Öffentlichkeit das alles vergessen hat? Wieso stellen sich Leute auf Bushidos Seite? Wir stellen uns nicht auf Bushidos Seite, wir stellen uns auf Twizzys Seite. Ich habe zu Bushido keine Ahnung und wir brauchen jetzt auch nicht darüber reden, was Bushido vor 20 Jahren gemacht hat. Das ist für unseren konkreten Fall hier relativ irrelevant. Einfach nur ekliger Typ. Du, so läuft's einfach. Was für so läuft's einfach? Wir leben in einer schnelllebigen Zeit und das verdrängst halt dann einfach. Ich habe da auf jeden Fall im Vorhinein gut geschossen. Wie gesagt, es gab den Biss-Track vom Kuchen. Bei Minute 15 erzählt Panzer, dass seine Jacke seine Jacke zerbrochen wurde und dacht er sich scheiße jetzt werde ich abgestochen als er das Messer gesehen hat. Finde es schön, dass es nicht mehr um Twizy geht. Ja, Twizy ist eigentlich völlig egal, weil wir bei Twizy nicht genug Angriffsfläche haben, weil Twizy nach allem, was ich mitbekommen habe, ein korrekter Typ ist und jetzt reden wir über irgendwas anders, wo wir überhaupt nichts mehr mit zu tun haben. Hauptsache, wir können irgendjemanden schlechtreden, der auf der Seite von Twizy steht und damit die Seite des Opfers diskreditieren, nachdem wir ihn Giftswerk genannt haben, um das Opfer zu schämen. Ich mag Twizy. Das Snitch-Album höre ich mir bis heute an. Ich habe da teilweise Nachrichten bekommen, so nach dem Motto, ey, wey meinst du denn jetzt? Weil ich habe im letzten Video gesagt, ja, es könnte auch knallen, wenn einer eine Backpfeife bekommt, muss natürlich nicht sein, aber in meinem Kopf war natürlich, dass da, keine Ahnung, ein Rüstel und Kuchen geht und dem mal kurz zuhören dazu, was ist da los? Und das findet er auch gut, Sinnig, oder wie? Das war natürlich in meiner Vorstellung, weil ein paar Leute meinten so, du hast jetzt zu Gewalt aufgerufen oder wem meinst du denn, soll der Twizy jetzt eine Backpfeife? Nein, natürlich nicht, man natürlich der Typ, den ich verabscheue, der auch schon Videos gegen mich gemacht hat und unabhängig mal... Leider war Kuchen nicht, da ist auch ein guter Satz. Das habe ich gar nicht mitbekommen, der Kuchen hat gegen Sinnig Videos gemacht. Bushido steht sich auf die Seite von das... Bushido... Genau. Also, guck mal. Nur weil Bushido sich auf die Seite von Twizy stellt, heißt es nicht, dass Bushido der perfekteste Mensch sein muss. Ich meine, wir sehen es bei Baba Bartonek doch auch. Der war früher mal Schwurbler, hat sich davon distanziert und versucht es jetzt anscheinend besser zu machen. Versucht es. Ich meine, er kann... Selbst wenn er sich nicht geändert hätte, selbst wenn Bushido heute noch irgendwelche Leute bedrohen würde in Teilen, wäre es doch immer noch kein Grund, warum wir nur noch über ihn reden müssen. Weißt du, womit du auch nicht rausgehst und politischen Content machst mit einer dunklen Triade, das kann übel enden. Ist ja so, ja. Auch einfach ein... Gänsehautmensch, so ein richtiger Gänsehautmensch, ähm... Genau, natürlich ging es um den. Dann, boah, wer waren da? Er ist da, Asche war da, Fahrt war da, Roos ist gekommen. Mir wurde auch gesagt, dass Roos vom anderen Camp nicht auf die Bühne sollte. Also die haben gesagt, dass die nicht möchten, dass der auf die Bühne kommt. Seinen Bruder wollten die auch nicht da haben. Also ich glaube, aber auch die Veranstalter, jetzt nicht, dass Cash das explizit gesagt hat, Sina darf nicht kommen, aber der war auf jeden Fall auch nicht da. Hat mich gefreut, Fahrt zu sehen, gefreut, Asche zu sehen, auf jeden Fall. Erste Mal live gesehen, ab Januar, wenn das Studio fertig ist, richtig los geht auf jeden Fall. Genau, Leute waren hyped. Vorher bei Jace ist nochmal in die Kabine gegangen, gefragt, wie es aussieht, Nervosität. Genau, jetzt schwurbelt er halt gesellschaftlich akzeptabel, zumindest voguefreundlich, exakt. Wie lange geht dieses Drama noch? Ich weiß es nicht, wir brechen vielleicht irgendwann ab, aber aktuell kommen noch so oft dumme Aussagen, dass wir uns darüber sehr gut unterhalten können. Nervosität, mal der, schon nervös, und gehst du nochmal durch den Text, mal der, musst du nochmal durchgehen, so, aber jetzt gerade so voll, Entschuldigung, wie gesagt, ich bin heiser des Grauens, Tour ist jetzt vorbei, das ist der dritte, das dritte Ding in Folge, jetzt heute Abend, bin ich auch nochmal auf die Bühne, aber es wird schon irgendwie klappen, genau. Ja, dem einzigen, den ich glaube, ist Sinek. Der ist schon cool, muss ich sagen, den mag ich, ein witziger Typ, der hat in Wien gespielt, der ist ja Comedian. Okay, ich weiß auch nicht, Sinek hat ja jetzt zu dem Anschlag an sich ja nichts gesagt, was genau vorher passiert ist, ist ja relativ irrelevant. Da kann sich noch so ein problematischer Mensch für Opfer aussprechen, damit würde er nicht bewirken, dass es, genau, genau, nur weil er sich auf die Seite des Opfers stellt, da kann er, es ist völlig egal, wie problematisch jemand ist, der sich auf die Seite des Opfers stellt, damit macht er weder das Opfer, noch die Seite des Opfers problematisch. Aber ich hab's leider nicht, ich hab's leider versäumt hinzugehen, das ist noch gar nicht so lange her, schade. Es ist hallo gesagt, da waren wir dann auf der Bühne, es war ein geiles Bild, die Crowd in Köln war vom anderen Stern, das ist auch das Rheinland. Genau, er zeigt irrelevante Clips, um vom Thema abzudenken, das ist eigentlich schrecklich. Weißt du, aber der Laden war voll, die haben einfach, die haben einfach während der Pausen, haben die einfach so, Hinsetzen, Hinsetzen, die haben einfach so eine Humba gestartet und DJ Peter, ja, warte, lass ein bisschen vor, schatten sich Cassius Clay und Jason entgegen. Das Battle war nicht judged, weil ich hab heute gesehen, Postet ja einfach so ein, da geht's um Clickbait, wie die Ego White, war gar nicht judged, du warst, ich hab, also ich weiß nicht, der war glaub ich nicht mal da, ne, also, das ist so billig und so scheiße, das regt mich übelst auf. Ich weiß nicht, wir schauen uns gerade was an, was ja eigentlich völlig irrelevant, irrelevant für ihr will, oder? man spoilert auch nicht. Mann, das ist ein Battle-Revend, die haben noch ein Pay-Per-View und nur weil du der Erste sein willst, der hat irgendeine Story gesehen von Bushido oder irgendwas gehört, schreibt dann einfach als Überschrift, Jesus hat verloren, 3-0 verloren. Ja, hä? Ganz, ganz schlimm, also, ein Spoiler ist natürlich fast auf dem gleichen Level oder wieso wird das jetzt, also, Cynic hat das jetzt nicht gesagt, aber, warum blendet Baba halt das gerade ein? Gute Leute hinter sich stehen, es waren stabil, wirklich krass, genau, und dann ging es los und das war auf jeden Fall, holt euch den Pay-Per-View, es ist, dieses ganze Event, die haben gebetet gegen einen anderen, Cashes, Clay und Jesus, keine Ahnung, wie das war, ich muss ehrlich sagen, warum blendet das gerade ein? Nicht meine Welt, ja. Ach was, meine auch nicht, so krass bin ich da nicht drin. Ich gehe mich jetzt nicht so, ja, warum blendest du es dann ein? Das Drama drumherum finde ich irgendwie spannender, aber, wenn das so eskaliert, finde ich es natürlich abgefuckt. Eskaliert ist alleine schon falsch, eskaliert würde eine beidseitige Eskalation bedeuten. Es ist nicht hochgekocht, weil das wäre, wenn beide gegenüberstehen, sich beleidigen und die irgendwann anfangen, sich gegenseitig anzugreifen. Twizy wurde mit sieben Leuten hinterhältig angegriffen. Das hat nichts mit Hochschaukeln, mit Aufheizen oder, was hat er gerade gesagt, Eskalation zu tun. Es ist natürlich eine Eskalation, aber eine Eskalation würde eine Beidseitigkeit voraussetzen. Und die Grenze ist doch ganz klar nur von einer Seite überschritten worden. Ich meine, wir reden ja doch auch nicht davon, wenn jetzt, keine Ahnung, plötzlich jemand hier eine Waffe nimmt und irgendjemanden erschießt, ja, das ist aber eskaliert, die Situation. Selbst wenn wir den vorher beleidigt hätten. Und wir müssen halt auch nochmal davon reden, wenn da wirklich ein Messer involviert war, wie viel ist denn wirklich zwischen einem Messer in einer Prügelei ziehen und jemanden umbringen? Also da ist in meinen Augen nicht viel dazwischen. Wenn du in einer Prügelei jemanden die Jacke mit einem Messer zerstichst, ist da kein großer, kein großer ethischer Stein mehr, kein großer ethischer Meilenstein mehr oder kein ethischer, großer Punkt mehr zwischen dann jemanden umbringen. Das ist wirklich, da bist du schon ziemlich nah dran. Du nimmst es zumindest zwar billigend in Kauf. Ja. Du meinst mich, dass ich eine Ohrfeige kriegen soll. Ich so, warum sollte ich denn? Ist doch offensichtlich das Kuchen gemeint war. Und selbst, Mann, viel zu viel wurde draus gemacht. Egal, auf jeden Fall. Genau, ich bin nur für den Gossip da. So ist es. Und dann kam aber jemand vorbei. Du kommst auf einmal, ob er die Jacke dabei an hat. Ja, okay, true, true. Wenn du die Jacke in der Garderobe zerstichst oder zerreißt, das ist was anderes. Das ist das Lager und hab dann einfach so Twizzy angemuckt. Du bist ein bisschen laut geworden, aber jetzt keine Schlägerei oder sonst irgendwas. Und da meinte der Twizzy auch schon so, hast du gesehen? Du hast schon gesehen, ich hab nichts gemacht, ne? Ich so, nee, du hast auch nichts gemacht. Ähm, ab. Ich mein, schau mal hier, schockierender Messerangriff auf Twizzy, ne? Ähm, genau, Twizzy will Battle Rap aufhören. Kuchen hat gesagt, er wird das Thema ignorieren, weil er Angst hat. Dann wäre das eher... Deshalb keine Markenklamotten kaufen. Hä? Ich würde sagen, Jacken mit integrierten, integrierten Messerschutz kaufen, aber das ergibt auch keinen Sinn. Genau, sie wollten nach Hause. Ich mein, da schau mal hier, schockierender Messerangriff auf Twizzy, ne? Mhm. Weil laut seiner Aussage dann Messer involviert war. Ja, da Waffen oder gefährliche Gegenstände wurden nach jetzigem Erkenntnisstand... ...jetzigem Erkenntnisstand. Weil das hier irgendjemand getwittert hat, mit dem du, du hier eigentlich halt nicht viel zu tun hast, aber er war auch nicht dabei. Ist eigentlich auch verständlich, dass Kuchen sein Kind nicht in Gefahr bringen will? Natürlich ist es verständlich. Natürlich will er sein Kind nicht in Gefahr bringen. Das ist ganz logisch. Auseinandersetzung nicht eingesetzt, ne? Und dann hast du hier schockierender Messerangriff. Also, what the fuck, aber gut. Aber es wurde dann halt ein bisschen lauter. So, da war es aber alles geklärt. Dann war auch, Thiers da war ja da und es waren auch ein paar gute Leute aus Berlin da, wie Manuel es jetzt sagen würde. Ein paar stabile Brüder waren da. Ähm, by the way, Kommentare, also, also, ich weiß ja, wie du das meinst, aber das ist ja so irrelevant. Ich weiß, das ist ein Joke, aber, ähm, also, nur damit es mir jetzt nicht angelastet wird. Ich weiß, du machst Jokes, aber, geschrieben wird. Kein Wander direkt, sondern Twizy angeschrieben hat, ne? Was ist denn jetzt, du hast doch gesagt, du machst seit sieben Jahren Kampfsport, was ist jetzt? Und Twizy stand ganz ruhig da, hat sich das alles angehört, aber Roos hat sehr, sehr, sehr laut, sehr, sehr laut gebrüllt. Ähm. Ja, warum macht man das? Ja, und muss deswegen nicht von irgendjemandem angebrüllt werden, dass ich jetzt doch endlich mal kämpfen soll. Na, so, ist eine Szene, macht dich unsympathisch, ist einfach so, nur, hey, Alter, wie man... Auch nicht wegen einem Disstrack, also ein Messer sollte wohl in gar keiner Form des Raps beinhaltet sein, auch keine Faust und by the way auch keine Ohrfeige. Man sticht mit Worten, nicht mit Waffen. Das ist doch der einzige Sinn. Keiner würde Rap Battles machen, wenn man dann erwarten müsste, abgestochen zu werden. Wie man dem Roos reinscheißt die letzten Monate, ist doch, ist doch auch irgendwie, ist doch auch irgendwie verständlich. Ist halt auch... Verständlich? Wie man ihm reinscheißt? Was macht man? Man kritisiert ihn auf seiner, aufgrund seiner dämlichsten Aussagen. Alter, wie sehr möchtest du den denn noch verteidigen? Du verteidigst hier gerade potenziell ein Täter. Darum geht es doch, mit Worten jemand anderen zu zerstörten. Ist halt auch nur ein Mensch. Also das mit dem Rumschreien finde ich jetzt, finde ich jetzt mal, ja. Ihr könnt euch in dem Battle gegenseitig zerstören oder dissen, aber einfach so anschreien im Nichts, nee, das geht auch nicht. Und das Sauersein kann man ja auch nachvollziehen, weil der hat einen ganz ekelhaften Diss-Track gegen sich bekommen und ich weiß nicht, was der vorher gegen Twizy gesagt hat. Ekelhafter Diss-Track. Ein ganz ekelhafter Diss-Track. Welcher Diss-Track ist denn lieb? Ich weiß nicht, inwiefern dieser Diss-Track gerechtfertigt war. Deswegen mache ich mich davon auf jeden Fall frei. Auf jeden Fall war Ruth, natürlich, der war sehr gerechtfertigt. hat da rumgeschrieben, aber auch, keine Ahnung, das war es dann einfach. Die haben sich angeschrieben oder Ruth hat gestiegen, da war wieder so Beruhigung, dann bin ich da mal ein Rüttchen gegangen, weil ich was vergessen hatte. Geh raus, dann kam der Ruth, meiste, ist wieder alles gut, hat irgendwie telefoniert und meinte so, ey, was mit was los, hast du mal Bock zu was los, vorbeizukommen, ist so, wenn ich nüsselauf bin, ich habe Anfang Januar ein paar Auftritte in NRW, vielleicht kann ich rumkommen. So, und dann bin ich gegangen und man muss ja so vorstellen, du bist im Backstage und hier geht es zum Backstage raus und da geht es auch nochmal raus, aber hier muss man halt durch die Halle durch und geht halt wirklich komplett raus. So geht es einfach. Guck mal, soll ich das jetzt auch so machen? Ich lasse jetzt einfach hier laufen. So auch, bin dann hier raus, oben war eine Schulfreundin von mir mit ihrer Freundin, die gerade 40 geworden ist, die waren vorher bei Ines an Juli. Genau, ein Diss-Track ist keine Einladung oder Einwilligung, jemanden zu verprügeln und auch nicht, wenn ein Sinan so ein Street-Typ ist, so ein unfassbar cooles Street-Typ, wo es natürlich dazugehört, andere Leute körperlich anzugehen und zu gefährden. Das ist natürlich ein cooler Street-Typ. Ist auch irgendwie süß, wie er das so erklärt, wie er so rumgegangen ist und dann da raus und so. Okay, danke für die Info. Und vis-a-vis an der Stelle Grüße kam dann da vorbei und da bin ich mit denen raus, gerade zum Auto und da kam uns Twizy und sein Kollege einfach entgegen, so ein breiterer Kollege, von dem, die kamen mir entgegen und dann waren die voll aufgewühlt und dann habe ich das gesehen und sehe einfach, wie der Twizy blutet. Ich glaube, also wie ich es mich in Erinnerung habe. Die Antwort wäre, an diesem Track gegenüber der anderen Person zu droppen, ja, aber das wäre sportlich und fair. Habe ich einfach in Erinnerung, dass der ein dickes Auge hatte, am Bluten war und sein Kollege meinte, so komm, lass abhauen. Ich weiß nicht, ob die zu Freunden gegangen sind oder ob die, die da irgendwo noch waren, ob die die geholt haben oder ob die ins Krankenhaus sind oder einfach weggefahren sind, das weiß ich nicht. Ich habe das nur gesehen und die waren auch wirklich voll aufgewühlt und ich bin dann weiter, ach du Scheiße, was ist denn da passiert? So, das war der Abend aus meiner Sicht. Dann habe ich natürlich voll viele Leute gefragt, ich mache ein YouTube-Video, weil ich war vor Ort, ich habe die Schlägereien nicht mitbekommen, ich habe nur gesehen, wie Twizy danach aussah, das sah nicht gut aus und genau, den Rest kann er dann im Bushido-Stream heute selber erzählen. Also ich finde die Aussage von Zinnik jetzt nicht mal arg schlimm, außer dass dieses Anschreien okay ist, weil das ist nicht okay. Genau, viele Nachrichten bekommen und dann das nächste, was ich gesehen habe, ist, dass Bushido, der nicht da war, also bevor irgendjemand anderes, Ruiz, Kuchen, Twizy, ich, Diego White oder irgendeiner, Marvin California, bevor irgendeiner was, oder Leute, die auch da waren, was gesagt haben, was gepostet haben, meldet sich Bushido auf Dubai und sagt ja. Ja, aber gut, klar, Bushido hat. Ja, natürlich darf sich Bushido melden und was ist, hä? Hä? Und was genau kann Twizy dafür, wer sich zuerst meldet? Ich meine, jetzt ist Twizy schuld da dran, weil sich ein Bushido zuerst gemeldet hat. Deswegen ist die Seite von Twizy, die Opferseite, weniger verständlich. Das ist so, als würdest du einen berüchtigen Serienmörder provozieren und dann die Schuld dafür bekommen, sein nächstes Opfer zu sein, da er bekanntlich ein bekannter Serienmörder ist und eine Genehmigung dafür hätte. Ja, das ist so, als dürfte der dann, als würdest du dann sagen, ja gut, aber Polizei, was fällt dir auch ein, gegen einen Serienmörder zu ermitteln? Was fällt hier ein? Ja, ist so auf dem Level. Also nur, dass er jetzt nicht so berüchtigt dafür ist, dass er Leute wirklich was antut, er dafür berüchtigt, dass er Leuten androht, was anzutun. Eher, dass er so ein bisschen Schwätzer ist, was das angeht. Bushido hasst den Rus, Rus hasst Bushido. Ist auch klar, muss man sagen, ist trotzdem schäbig und abgefuckt, aber ist auch klar. Es hat gestern dann Rus einen Stream gemacht mit Jesus und dann haben sie, hat der Rus das aus seiner Sicht erklärt, na, der hat gesagt, der hat sich da ein bisschen gehen lassen, hat rumgeschrien, dann hat man sich darauf geeinigt, dass die zwei, dass die Typen halt vorher gehen, vor dem Rus, geht der Twizy, die sind dann raus und Rus hat dann so erzählt, er ist dann rausgegangen und dann sind diese Typen auf ihn zugelaufen, er hat gedacht, die wollen ihn jetzt irgendwie attackieren. Das hat er gedacht, okay, und dann war er schon, der Haupt der Druze, der null Verletzungen hat, Twizy, der im Krankenhaus gelandet ist und offensichtlich mehr als verletzt war, mehr als ganz leicht verletzt, der, also dem seine Position ist jetzt mal völlig egal, weil, weil der andere erzählt, dass er es Notwehr war, der gar keine Verletzungen hat. war die andere Gruppe hinter ihnen her und dann kam es zu dieser Prügelei. Es war jetzt auch nicht sieben gegen einen und so, es war auch kein Messer dabei, aber es war auf jeden Fall. Woher weißt du das? Mein Bester, du nicht, du nicht, du nicht vorverurteilender Hase. Woher? Wenn du doch die ganze Zeit sprichst von wir dürfen nicht vorverurteilen oder sagst, ja, wir können jetzt nicht sagen, Ruse war es einfach, weil ich den mag. Weil, komischerweise, bei Rammstein konnten wir das einfach, bei Ruse können wir das nicht, weil er Ruse mag. Warum können wir jetzt denn einfach mal so beschuldigen, dass es nicht sieben waren? Woher weißt du das denn? Woher weißt du Goofy das denn? Jetzt ohne Witz. Ich meine, wenn du sagst, du wartest auf einen Prozess oder Berichte, warum behauptest du dann, dass es nicht, nein, er war nicht dabei. Er war nicht dabei. Es war auf jeden Fall eine Schlägerei, das Ganze. Und... Ja, eine Schlägerei, aber woher weißt du, dass es nicht sieben gegen einen war? Das wäre trotzdem eine Schlägerei. Steht halt Aussage gegen Aussage. Nur weil es ein Anschlag ist, heißt das nicht, dass es keine Schlägerei ist. Muss man so sagen. Steht Aussage gegen Aussage. Ja, aber die eine Seite ist halt glaubwürdiger als die andere. Weil... Okay. Guck mal. Stell dir vor... Stell dir mal vor, einer... Okay. Ganz übertriebenes Beispiel jetzt. Stell dir vor, es steht einer da mit einer Pistole in der Hand und eine andere liegt am Boden, ne, ins Knie geschossen, am Verbluten. Du gehst dann da so rein und der eine sagt, ja, ja, der, 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 der wollte mir was tun. Also der hat zwar keine Waffe dabei, aber deswegen habe ich dem jetzt ins Knie geschossen. Es steht Aussage gegen Aussage. Der da sagt, er hat auch noch fünf Zeugen, die daneben standen und das gesehen haben. Der andere sagt das komischerweise nicht. Und der eine ist auch bekannt dafür, dass er Menschen Mordandrohungen macht und der ist auch offensichtlich sauer auf die andere Person, weil die ihn mal gedisst hat. Aber gut, nur weil der eine verletzt ist und der andere... Und der andere nicht, heißt das ja nicht, dass... dass keine Prügelei auf... Hä? Das, das, das heißt ja nicht, wer der Angreifer ist. Das gibt ja kein Signal darauf. Natürlich. Hä? Du kannst doch trotzdem... Du kannst doch sagen, der, der die schwereren Verletzungen hat, wird prinzipiell er das Opfer sein und die sieben Leute, die gegen den einen gekämpft haben, werden prinzipiell nicht von der Seite sein, die mit Twizy auf einer Seite steht. Also das würden kaum Twizy seine Leute gewesen sein, die Twizy zu sieben zusammengeschlagen haben. Und die sieben Leute werden auch nicht aus der Luft gekommen sein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da Ruth was mit zu tun hatte, ist doch schon relativ hoch. Ich weiß, jetzt habe ich ein Beispiel genannt, das irgendwie kein Sinn gegeben hat am Anfang, aber never mind. Hauptsache, ich bin noch etwas logischer als Barbara Bartonek und er macht mich mit seinem Gerede schon kaputt im Kopf. Und jetzt schauen wir uns an, ein Typ, der da in diese ganze Situation reingepatzt ist. Da schauen wir uns noch an. Das letzte. Das ist der Kameramann von der Veranstaltung. Der ist da reingeplatzt und jetzt sein Statement dazu. Genau, und da ging es auch schon los. Ich bin aus dem Backstage rausgegangen. Sayonara, gute Nacht. Ich habe da irgendwie in die Fresse bekommen von mehreren Leuten. Ich habe dann irgendwie sowas gesagt, warum macht ihr alle nichts? Ich bin dann hingerannt. Ich glaube sogar mit meiner Kamera habe die irgendeine in die Hand gedrückt. Bin dann da reingesprungen. Da war gar keine Pistole und ich habe gar nicht geschossen. Der andere ist zwar verletzt und der andere nicht, aber es war eigentlich andersrum, denn ich bin Barbara Bartonek und bin allwissend. Es heißt ja, die Leute waren vermummt und es könnten ja auch Leute gewesen sein, die Kuchen hassen. Hä? Also das sagt die Bubble von Ruth. Also da anscheinend war das, es hing da sogar ein paar Leute beruflich. Also das Ding ist, die müssen mir ein Argument nennen, warum es so gewesen sein sollte. Und darum gestanden und so und haben dann zugeschaut, wie getökelt wurde. Ich weiß nicht, ob die Leute, die da waren, die das gemacht haben, die deswegen abgehauen sind oder einfach, weil sie mitbekommen haben, da sind ja zu viele Leute, da sind zu viele Zeugen. Auf jeden Fall bin ich wie ein Kaputt da reingesprungen und habe dann erst gesehen, dass die alle maskiert waren. Von dem Messer habe ich erstmal nichts mitbekommen. Mensch auch, jetzt sagt der, die waren maskiert. Also wenn die maskiert waren, dann heißt das, dass das auf jeden Fall eine geplante Aktion war. Ja. Also die haben sich die Masken aufgezogen. Das war jetzt nicht so, dass man sich im Vorübergehen anstenkert. Kuchen-Aid haben nur auf den Distract gegen Ruth gewartet, bis sie endlich was machen. Genau. Glaube ich nämlich auch. Dann fliegen die Fetzen, sondern dann war das inszeniert. geplante Sache. Die sind abgehauen, ich habe die noch beleidigt, so ganz ekelhafte Beleidigung, was eigentlich nicht mein Film ist. Denn Kuchen hassen ja viele Leute, deswegen sind es Leute, die Kuchen hassen. Und Twissy isst ja auch Kuchen. Ich war mega angepisst wegen dieser Sache und als ein, glaube ich, zu viel wurde, hat er sein Messer gezogen, sich nochmal umgedreht. Da ist dann ein Messer dabei gewesen. Also ob die auch mit einem Messer da reingehen. Na drinnen, die waren ja nicht drin, das war alles draußen schon. Dann habe ich auch gesehen, was mache ich hier überhaupt für Scheiße. Und dann war es eigentlich vorbei, dann sind wir in eine Richtung gerannt und das war erstmal die Sache, die ich dort so mitbekomme. Ja, das ist eigentlich auch schon fast alles, was ich dazu sagen kann. Wie gesagt, ich bin rausgegangen, bin dann reingesprungen in diese Traube dort. Die Maskierten haben dann die Flucht ergriffen. Ich bin noch so ein bisschen hinterher, habe die noch beleidigt und dann sind die auch schon abgezogen. Einer hat Messer gezogen. Ich weiß nicht, vorher habe ich kein Messer gesehen. Wie gesagt, ich war in meinem Film. Aber er hat zumindest mal später zumindest, also seine neutrale Aussage, die wir ja als subjektiv neutral werten können, also wir können jetzt mal sagen, dass er zumindest bestätigt hat, dass einer ein Messer dabei hatte. Das macht ja die Wahrscheinlichkeit, dass einer das Messer genutzt hat, höher. Genau, Kontaktschuld. Ich wusste, dass er dann auch am Abend was abbekommen hatte, weil ich wusste, wie gesagt, wie er aussieht. Er saß in der Krankenwagen, irgendeiner hat die Folgequatsch, hat vielleicht keinen Bock darauf, er meinte, verpiss euch. Der Krankenwagen ist zugegangen und er und sein Kumpel wurden ins Krankenhaus gefahren. Das ist alles, was ich mitbekommen habe. Aber was macht, genau, er bestätigt, dass ein Messer im Spiel war. Was macht Baba Bartonek da draus? Dass er am Anfang sagt, er weiß nicht, ob da schon ein Messer involviert war? Ja, selbst der sagt, da war kein Messer. Das hat er ja nicht gesagt. Er kann doch nicht wissen, ob da ein Messer war. Hörst du ihm überhaupt zu? Er hat gesagt, er kann nicht bestätigen, dass da eins war. Wenn ich, guck mal, Baba Bartonek, wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, ob da ein Messer war, bestätige ich dann auch, dass da kein Messer war, weil ich das auch nicht gesehen haben kann? Ich meine, du siehst nicht, ob da ein kleines Messer ist, unter Umständen, in der Menschenmasse. Aber wenn du danach sagst, ich habe zumindest gesehen, dass der eine beim Weggehen eins gezogen hat, dann ist das eher eine Bestätigung dafür, dass ein Messer da war, als dass da kein Messer war, weil einer mit Messer eher ein Messer benutzt, als einer ohne Messer. Ist das so schwer zu verstehen? Wenn es seine Leute waren, dazu kann ich leider nichts sagen. Das ist aber erstmal meine Perspektive. Ein Raffel schreibt, ja, ich meine, wenn sie eine Aktion planen, um Twister eins auszuwischen, dann doch nicht mit dem Ziel, den abzustechen. Nee, das nicht. Aber, woher wissen wir das? Wenn das eine geplante Aktion ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da ein Messer einstecken hat, falls irgendwie die Situation passiert, wo man unterlegen ist, dass man das dann rauspackt. Also, das kann ich schon, das ist jetzt nicht so komplett abwegig, die ganze Geschichte mit dem Messer. Okay. Wieso? Welchen logischen Grund haben wir denn, Ihnen die positive Absicht zu unterstellen, dass Sie das Messer nur in dem Fall nutzen, wenn Sie unterlegen sind? Woher können wir denn wissen, dass Sie das nur dann machen? Das war dann auch schon mein Statement. Wie gesagt, ich bin nicht der Mitveranstalter, ich bin nur der Kameramann und deswegen ist es nicht das Top-Di-Take-Over-Statement, sondern das Statement von Geoflow. Twister wird später auch noch ein Top-Di-Take-Over-Statement machen. Ja, gut. Sagt er da so, wie er das gesehen hat? Na, der war da, der war da mittendrin. Ja. Der einen Tipp ist eine Nagelfeile runtergefallen und der andere ist drüber gestolpert. Er war auf jeden Fall, er war... Was? What? Eine Nagelfeile runtergefallen? Ja, hä? Falls der Über... Das Messer war wichtig, falls der Überfall schiefläuft. Genau. Man nennt es auch nicht bewaffneten Überfall, nur weil ich eine Waffe mitnehme. Es ist ein Unbewaffneter und ich nehme die Waffe nur mit für den Fall, dass ich unterlegen bin. Auf jeden Fall ein Zeuge von der ganzen Geschichte. So. Wir werden uns jetzt anschauen. So. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal Schluss. Das ist zu viel unqualifiziertes Gelaber hier von Baba Bartonek. Ich verstehe nicht, was er uns sagen möchte. Er betreibt übelstes Victim-Blaming, nutzt jedes noch so weit entferntes Argument, dass nicht mein Argument dafür wäre, um irgendwie gegen das Opfer schießen zu können und macht aus seinem Messer eine Nagelfeile. Exakt. Also, das gibt ein Dislike auf das Video dir. Tut mir leid. Das ist dermaßen lost. Kannst du... Du hast bei... Du hast es doch bei... Rammstein sehr schön geschafft, dich mit den Opfern zu solidarisieren oder vermeintlichen Opfern. Da warst du sogar ziemlich vorverurteilend unterwegs, nach dem, was ich gehört habe. Falls das nicht stimmt, das tut mir leid, aber ich bin mir da... Sag mir mal so, ich bin mir relativ sicher. Warte, wir können ja kurz auf den Kanal gehen. Mal sehen ganz kurz, ich will mal sehen, was er zu... was die Dinger zu Rammstein wirklich gibt. Und ich finde es ziemlich ekelhaft, muss man wirklich sagen. Uff, seine Thumbnails, ich finde hier gar nichts. Okay, nevermind. Ähm, Leute, Video... Sein Link ist in der Videobeschreibung. Gebt ein Dislike. Auf Ehre. Und... Ich werde keinen Freund von ihm. Tut mir leid. Abwertender Typ, wirklich. Er hat mich leicht angewidert. Link zu Twitch ist im Profil.